Und folgende Einmeldung hat uns eben erreicht. Die heute Morgen bei der Razzia gegen Reichsbürger festgenommene Berliner Richterin Birgit Malsack-Winkelmann scheidet als Richterin am Landgericht Berlin aus. Das hat eine Sprecherin der Berliner Zivilgerichte Welt mitgeteilt. Sie ist ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und Richterin soll als Mitglied einer rechtsextremen Terrorgruppe einen Umsturz und einen Anschlag gegen den Reichstag geplant haben. Untertitelung des ZDF, 2020